Jetzt war ich gar nicht gewinnahm im schwarzen Tresch, wenn der neun ist von Rügenweiler, hier schießt und hier kommt der letzte Tor, der junge Star aus, jetzt kann man sagen, was Rosenheim wurde, der schießt in Bayern, und jetzt fassen wir alle zusammen in den Schliegern hier oben zu, die drittplatzierte, meine Damen und Herren, die schnellste Endspieldiszipline, das Team Sonnakel, aus der Nase, Alex Astros und Michael Motto. Mit einem Feld, Jungs bläst betrachtet, ich gesieur erzurehen, mit 311 knocked, ich gehe dann den Doppel-Olympian-Dinger, Doppel-Weltmeister, erst zdrowen Lefanto. Er erreicht seinen Bein mit seiner Kaffee in dem Freimattaball von Siegern der Stoffen der Stoffe der Stoffe des 2003, Arti Bacchi. Frau Rohnen, liebe Nordmunder Hessen, wir haben alle zusammen und rufen Sie zusammen nach oben. Auf dem Platz ganz oben, die Entscheidung in der letzten Runde, hier sind die Sieger des 67. Dorfbunders Chefs-Tageleine, hier sind Leipzig, Vater und ich habe es. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Finale wie in der Krippich und jetzt schicken wir die Leipzig, nachdem sie erst noch einen schönen Topf hier zu sich nehmen. Einschwerst an der Vervorstagsbrecher von Rewe, versuchen sie relativ schnell jetzt herunter zu kommen. Und wir sagen Prost den Figern! Den Schluck haben sich alle sechs da oben gräblich verdient, die Sieger mit Erik Daniel Reis, sein Partner, die Zweite mit Robert A. von Adi Weintel und die berühmten Zähnen mit Alex Rasmussen und Michael Molkoff und der schmeckt jetzt besonders gut. Vor allem mit ihrem Applaus, meine Damen und Herren! Applaus